Willkommen zu einem neuen Video bei CLP Tutorials. Mein Name ist Christoph und in diesem Video geht es um den neuen AVM Fritz Repeater 1200 AX. Das ist das neueste Wi-Fi 6 Modell von AVM und wir werden uns in diesem Video mit allen Details befassen, insbesondere primär natürlich mit dem Thema WLAN Performance in den Szenarien Repeater-Einsatz, aber auch Access-Point-Einsatz. Diese beiden Szenarien werden wir hier ausführlich durchgehen. Zu Beginn ganz schnell noch, AVM hat mir den Fritz Repeater 1200 AX für das Testvideo zur Verfügung gestellt. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank und jetzt gehen wir mal ganz schnell auf die Spezifikationen ein. Von außen sieht der AVM Fritz Repeater 1200 AX dem Fritz Repeater 1200 zum Verwechseln ähnlich. Da ist erstmal kein Unterschied feststellbar, außer man schaut auf die Rückseite. Hier könnte man theoretisch jetzt die Typenbezeichnung lesen. Theoretisch bedeutet, in der Praxis funktioniert das nicht, denn hier gibt es jetzt ja seit der Vorgängergeneration diesen Ring, der eben einen besseren Halt in Schuko-Steckdosen bietet. Und aufgrund dessen, dass dieser Ring eben angebracht ist, den man kaum abbekommt, sieht man jetzt die Typenbezeichnung nicht. Im Testaufbau selbst konnte ich die beiden Modelle auch nicht wirklich auseinanderhalten an der Optik. Ich bin dann einfach über die Seriennummer gegangen. Daran kann man sie dann doch wieder auseinanderhalten. Aber so rein optisch sehen die halt wirklich exakt gleich aus. Bei den inneren Spezifikationen hat sich aber einiges getan. Manches ist aber auch gleich geblieben. Starten wir hierbei als erstes mal von außen mit der 1 Gigabit LAN-Schnittstelle auf der Unterseite. Die ist natürlich genau wie bei dem Vorgänger oder dem neuen Modell eben identisch. Bei den inneren Spezifikationen hat sich einiges getan. Zwei Special Streams hat der Vorgänger mit dem Modell gemein und der Rest ist dann eigentlich ziemlich unterschiedlich. Also zwei Special Streams sind gesetzt. Dann im 5 GHz Frequenzband maximal 160 MHz Kanalbandbreite, der Vorgänger maximal 80 MHz und im 2,4 GHz Frequenzband bleibt es natürlich bei 40 MHz maximale Kanalbandbreite. Die WLAN-Standards, die hier unterstützt werden, sind im Best Case dann natürlich 802.11 AX. Natürlich ist das Modell abwärtskompatibel mit älteren Standards, das ist klar. Aber maximal Standard hier eben jetzt WiFi 6 bzw. 802.11 AX. Daraus ergibt sich dann eine theoretische Bandbreite von 2402 Mbps im 5 GHz Frequenzband und 576 Mbps im 2,4 GHz Frequenzband. Zusammengerechnet sind das dann die marketingüblichen 3000 Mbps. Das heißt, theoretisch wäre das jetzt ein Repeater 3000, wird aber so nicht verkauft. Also AVM verabschiedet sich von der alten Benahmung, wo man eigentlich die Bandbreite, also die theoretisch erreichbare Gesamtbandbreite einfach als Namen verwendet hat. Das ist hier jetzt nicht mehr der Fall. Ja, auch nochmal eine ganz interessante Erkenntnis. Spezifikationen sind eine schöne Sache. Das Problem ist aber, dass sie auf der Praxis dann nicht wirklich standhalten. Aus diesem Grund schauen wir uns jetzt die Benchmarks an. Hierbei starten wir aber erstmal mit der WLAN-Ausleuchtung, also einer Heatmap, die aufzeigt, wie die Ausleuchtung des Repeaters 1200 AX dann ist. Und hierbei starten wir erstmal im 5 GHz Frequenzband. Das Ganze im Vergleich mit dem Fritz Repeater 2400 und Fritz Repeater 1750e. Diese beiden Modelle waren oder sind in einem vergleichbaren Preisbereich unterwegs. Das heißt, der 2400er kostet dasselbe wie ein 1200 AX. Der 1750e hat in der vorherigen Generation, also vor dem 2400er, das Gleiche gekostet. Das sind alles Modelle aus dem Preisbereich 80 bis 90 Euro. Wenn man sich die Heatmap dann im direkten Vergleich anschaut, dann ist die Heatmap hier in der Regel mit dem 2400er etwas besser. Oben rechts im Bereich ist der 1200 AX ein bisschen flotter unterwegs. Der 1750e agiert quasi so dazwischen. Gehen wir dann ins 2,4 GHz Frequenzband. Ändert sich dieses Bild? Der Fritz Repeater 2400 hat hier definitiv die beste Ausleuchtung. Die Modelle 1750e und 1200 AX rangieren relativ ähnlich. Das heißt, im oberen Bereich ist der 1200 AX etwas besser. Im rechten Bereich der Heatmap ist der 1750e ein bisschen besser. Also es kommt da so ein bisschen drauf an. WLAN-Heatmaps geben einen guten Einblick in die WLAN-Ausleuchtung, die hier zum Beispiel in diesem Fall die Fritz Repeater schaffen. Interessanter ist jetzt natürlich der Punkt, wie sieht es in der Alltagsperformance aus? Dazu habe ich das gesamte Line-Up von AVM, das aktuell relevant ist, in den Testvergleich mit aufgenommen. Das Ganze in jedem Szenario an einer AVM Fritzbox 7590 AX, dem aktuellen DSL-Router-Topmodell. Und ich würde sagen, werfen wir mal direkt einen Blick auf die Benchmarks. Was wir jetzt sehen, sind zwei Diagramme. Einmal mit einem Client, der maximal 160 MHz Kanalbandbreite unterstützt und einmal einem Client, der maximal 80 MHz Kanalbandbreite unterstützt. Das Ganze jeweils an drei Messpunkten. Die Distanz zwischen Fritz Repeater und Fritzbox ist hier durchaus als höher anzusehen. Das bedeutet, die Performance, die die Fritz Repeater hier bringen können, ist dadurch sowieso beschränkt. Im direkten Vergleich sieht man auf jeden Fall ziemlich eindeutig, dass die beiden Triebandrepeater, also die Modelle 6000 und 3000, sich hier deutlich absetzen. Sie bieten eine viel bessere Performance an. Das war auch soweit aufgrund ihrer etwas anderen Topologie auch zu erwarten. Wenn wir dann einen Blick auf die Repeater 2400 und 1200 AX werfen, fällt sofort auf, an den allermeisten Messpunkten sind sie ziemlich ähnlich in der Performance. Beide Modelle unterstützen eine maximale Kanalbandbreite von 160 MHz, sind also da vergleichbar aufgestellt. Der 1200 AX nutzt hier aber WiFi 6, während der 2400 AX hier nur in Anführungszeichen WiFi 5 nutzt, beziehungsweise, wenn man genauer hinschaut, 802.11ac Wave 2. Im Nahbereich bei 160 MHz ist der 1200 AX dann nochmal ein Stück weit überlegen. Er bietet da mehr Bandbreite an. Geht es auf Distanz, würde ich fast sagen, nähern sie sich dann immer weiter an, beziehungsweise bei 80 MHz Kanalbandbreite ist der 2400 AX dann auf Distanz sogar überlegen. Das sollte man hier tatsächlich berücksichtigen. Schauen wir dann noch auf die Repeater 1750 E und Repeater 1200. Sieht man, dass diese nochmal ein Stück weit abgeschlagen sind. 1750 E kann sich aber meiner Meinung nach gerade über Distanz ziemlich gut behaupten. Der Repeater 600 fällt natürlich hier total aus dem Raster raus. Das ist ein Single-Band-Repeater, der nur das 2,4 GHz Rückwärtsband nutzt. Der ist natürlich total abgeschlagen, was man hier sehr gut erkennen kann. Also das ist natürlich schon ein erheblicher Unterschied zu den anderen Dual-Band- bzw. Tri-Band-Repeatern. Ich denke mal, man kann hier eigentlich sehr gut nochmal zusammenfassen. Tri-Band-Repeater setzen sich deutlich ab. Dann folgt der ganze Block an Dual-Band-Repeatern. Da je nach Ausstattung gibt es natürlich Differenzen. Und nochmal deutlich abgeschlagen sind dann in diesem Fall die Single-Band-Repeater oder der Single-Band-Repeater. Ich denke mal, das fasst das Ganze gut zusammen. Dann werfen wir noch einen Blick auf die Funktion LAN-Brücke. Das Ganze unter gleichen Bedingungen, wie wir das eben schon gesehen haben. Nur mit dem Unterschied, dass der Client sich eben per Netzwerkkabel an dem Repeater anschließt. Und ja, das sind hier so die Ergebnisse. Da sieht man aber auch ganz klar, hier ist der 1200er X dann doch nochmal ein ganz schönes Stück schneller als zum Beispiel der 2400er. Kann sich auch gegenüber dem 3000er absetzen. Das ist auf jeden Fall ganz interessant. Kommt auf das Level von einem 6000er. Aber nochmal ganz wichtig, der Client ist hier per LAN-Kabel angeschlossen und nicht über WLAN. Dann sieht es ganz anders aus. Dann haben die Tri-Band-Repeater eben ihren großen Auftritt. Jetzt haben wir schon eine Menge Testergebnisse gesehen. Diese beziehen sich aber alle auf die Fritzbox 7590 AX. Aus diesem Grund habe ich mir gedacht, okay, das müssen wir jetzt noch ein bisschen erweitern. Deswegen habe ich noch diese beiden Wi-Fi 6 Fritzboxen dazu geholt. Ich würde sagen, werfen wir mal einen Blick auf die Benchmarks. Hier sehen wir jetzt zwei Szenarien. Szenario 1 ist auf kurzer Distanz, muss man ganz klar sagen. Um einfach herauszufinden, wie sieht die Performance aus, wenn die Anbindung sowohl zwischen Fritzbox als auch dem Mesh-Repeater, wie auch zwischen Client und Mesh-Repeater auf einem optimalen Level läuft. Welche Performance können wir dann erwarten? Und hierbei fällt natürlich jetzt sofort auf, 6660 und 7590 AX setzen sich ab. Warum? Ganz einfach. Diese beiden Fritzboxen unterstützen eine maximale Kanalbahnbreite von 160 MHz. Deshalb können Sie hier auf eine theoretische Bruttodatenrate von 2400 Mbps zurückgreifen. Die Fritzbox 7530 AX kann das nicht. Sie unterstützt nur maximal 80 MHz und in Kombination mit dem Fritz-Repeater 1200 AX führt das dann zu maximal 1200 Mbps. Entscheidend ist hierbei aber auch noch, dass der Fritz-Repeater 1200 AX jetzt auch nur noch mit 80 MHz Kanalbahnbreite läuft. Das bedeutet, Clients werden jetzt auch nur noch mit maximal 1,2 Gigabit angebunden. Ganz ganz wichtiger Punkt, sollte man auf jeden Fall wissen. Daraus kann man jetzt hier zwei Dinge ableiten. Erstens, in einer optimalen Situation ist das definitiv ein Performance-Nachteil. Die halbe Kanalbahnbreite führt natürlich zu einem Performance-Verlust. Völlig klar. Der zweite Punkt ist aber auch, dass der Performance-Verlust doch geringer ausfällt, als man das vielleicht erwarten würde. Wir reden hier immerhin von einer Anbindung von maximal 1200 Mbps zwischen Mesh-Master und Mesh-Repeater, als auch noch mal zwischen Mesh-Repeater und dem Client. Und in den anderen zwei Szenarien reden wir immerhin dann von 2400 Mbps. Also das heißt, der Performance-Einbruch ist dann doch geringer, als man das hier vielleicht erwarten würde. Schauen wir uns dann die Benchmarks des Szenario 2 an. Hierbei reden wir von Benchmarks über deutlich erhöhte Distanz. Dann fällt das Ganze aber ganz anders aus, als man das jetzt erwarten würde. Die 7590RX hat schon in vielen Tests bewiesen, dass sie mit 160 MHz Kanalbahnbreite auch auf Distanz ziemlich gut performt. Das führt dann hier auch jetzt zum Gewinn der Performance-Krone. Die 7530RX hat natürlich mit 80 MHz auf Distanz tatsächlich einen Vorteil, denn der Leistungsabfall ist bei einer geringeren Kanalbahnbreite über Distanz in der Regel eben auch geringer. Und das führt dann hier letztendlich zu einer sehr guten zweiten Position. Die 6660 hat auch in ihren Tests jeweils bewiesen, dass sie bei 160 MHz Kanalbahnbreite über Distanz dann irgendwann recht hart einknickt in der Performance. Und genau das ist der Grund, warum diese hier den letzten Platz macht, obwohl sie ja 160 MHz, Wi-Fi 6 und zwei Special Streams unterstützt. Das heißt hier ganz klar zu sagen, 7590RX, klare Sache, gewinnt hier die Performance-Krone. Aber die 7530RX ist hier ganz, ganz dicht hier auf den Fersen. Neben der reinen Leistungsfähigkeit als Repeater interessiert natürlich auch der Energiebedarf. Es handelt sich hierbei natürlich um ein Produkt, das in der Regel im 24-7-Betrieb zum Einsatz kommt, also rund um die Uhr läuft. Und was wir jetzt hier in den Benchmarks recht gut erkennen können, ist natürlich, dass die Energieeffizienz doch schon recht solide ist. Sie ist auf jeden Fall deutlich besser als bei den Tri-Band-Repeatern, kommt natürlich auch nicht auf das Leistungsniveau ran, zumindest im Repeater-Einsatz. Und ja, das ist hier an der Stelle erstmal so stehen zu lassen. Allerdings ist der Repeater-Einsatz ja nur ein Szenario, in dem man den Fritz Repeater 1200X einsetzen kann. Das nächste Szenario lautet Access-Point-Betrieb, beziehungsweise bei AVM nennt sich das LAN-Brücken-Betrieb. Das heißt, der Repeater wird per LAN-Kabel ins Netzwerk integriert, also per direkter Netzwerkanbindung und stellt dann ein dediziertes WLAN-Netzwerk bereit, das auch im Mesh integriert wird. Und ich würde mal sagen, schauen wir uns jetzt mal die Benchmark-Ergebnisse an, die das System jetzt erreicht. Und das ist nämlich eigentlich meiner Meinung nach so der spannendste Punkt beim Repeater 1200X. Und hier sieht man jetzt im direkten Vergleich vier verschiedene Dual-Band-Repeater, die ich hier nochmal in den Vergleich gestellt habe. Warum nur die Dual-Band-Repeater? Ganz einfach, die Single-Band-Repeater unterstützen den Access-Point-Betrieb nicht, zumindest die aktuellen Modelle. Und die Tri-Band-Repeater haben auch hier und da Nachteile im Access-Point-Betrieb. Das heißt, die Nutzung der beiden 5 GHz-Module, das ist so eine Sache, das funktioniert nicht immer so ganz optimal. Das heißt, da muss man dann wieder mit mehreren SSIDs arbeiten, damit das gut funktioniert und dann die Clients manuell verteilen. Das ist meiner Meinung nach nicht ganz so optimal, da sind die Dual-Band-Repeater in der Regel einfacher einsetzbar und liefern dann vielleicht sogar eine bessere Performance. Auf jeden Fall, die Modelle hier sind meiner Meinung nach so die interessantesten für den Einsatz als Access-Point. Und hier starten wir mit den Benchmarks, die mit einem Client, der maximal 160 MHz Kanalbahnbreite unterstützt, durchgeführt wurden. Die Modelle 2400 und 1200X unterstützen das, haben hier natürlich dann einen Vorteil. Auf den Messpunkten 1 bis 4 sieht man auf jeden Fall ganz klar, dass 160 MHz Kanalbahnbreite zu einem deutlich höheren Durchsatz führt. Der Repeater 1200X hat hier den Vorteil, er besitzt eine leistungsfähigere CPU als der 2400er und deswegen läuft dieses Modell, also der 1200X, immer wieder in das Limit der 1 Gigabit LAN-Schnittstelle. Der Repeater 2400 läuft an den ersten vier Messpunkten immer in das CPU-Bottleneck. Das heißt, er bekommt es einfach nicht hin, mehr als 820 bis 830 MHz Durchsatz zu liefern. Da macht die CPU oder die Hardware-Beschleunigung irgendwas in diesem System, macht auf jeden Fall da absolut schlapp. Mehr kriegt das System einfach nicht durch. Die kleineren Modelle laufen in Messpunkt 1 bis 4 dann in der Regel irgendwo im Limit des Standards. Wenn wir dann auf die Messpunkte 5, 6, 7, 8 schauen, gibt es natürlich wieder Unterschiede. Auf höherer Distanz wird die Effektivität von 160 MHz Kanalbahnbreite dann natürlich deutlich untergraben. Die Performance bricht im Verhältnis viel stärker ein. Letztendlich führt es aber trotzdem zu einer besseren Performance, sieht man nochmal an Messpunkt 7. Aber wenn man auf Messpunkt 8 beispielsweise schaut, dann bringt 160 MHz Kanalbahnbreite da quasi kein Mehrwert mehr im Vergleich zu 80 MHz Kanalbahnbreite. Und ja, das ist denke ich mal nochmal eine ganz interessante Erkenntnis. Wenn wir dann auf einen Client wechseln, der maximal 80 MHz Kanalbahnbreite unterstützt, dann verändert sich das Bild natürlich ein bisschen. Jetzt hat natürlich der Fritz Repeater 1200 AX den Wi-Fi 6 Vorteil deutlich stärker im Vergleich zum Fritz Repeater 2400. Das sieht man dann direkt an den ersten paar Messpunkten, dass er immer wieder eben doch eine deutlich höhere Datenrate realisieren kann. An den höheren Messpunkten ist er da aber trotz allem nicht im Vorteil, obwohl er eben Wi-Fi 6 unterstützt. Der 2400er hier und da teilt sogar etwas flotter, kommt jetzt auf den einzelnen Messpunkt an, aber trotzdem ist das jetzt nicht so die Paradevorstellung vom Fritz Repeater 1200 AX. Schauen wir dann noch ins 2,4 GHz Frequenzband, ändert sich das Ganze aber wieder sehr deutlich. Der 1200 AX hat den Vorteil von Wi-Fi 6, nutzt diesen auch, insbesondere an Messpunkt 3 sieht man dann einen erheblichen Performance Sprung im Vergleich zu den anderen Fritz Repeatern. Damit sind wir soweit alle Benchmarkergebnisse durchgegangen, die ich in diesem Test angefertigt habe. Ich denke mal, das war schon relativ aufschlussreich. Trotz allem möchte ich es nochmal einfacher zusammenfassen, jetzt im Fazit sozusagen. Zulagend beginnend erstmal damit, welche Eigenschaften sollte die Fritz-Box, die man verwendet, mitbringen, damit der Fritz Repeater 1200 AX im Repeaterbetrieb sein volles Potenzial entfalten kann. Und hier sieht man jetzt oben in der Tabelle drei Eigenschaften. Das Wichtigste ist natürlich die Kanalbandbreite von 160 MHz. Das ist ein ganz zentraler Punkt für eine maximale Performance mit diesem Repeater. Das ist quasi das Rückgrat hohen Datendurchsatzes mit diesem Modell. Dann die Unterstützung von Wi-Fi 6. Auch ganz, ganz wichtig, um eben hier hohe Datenraten zu erzielen. Und als letzten Punkt hätten wir da noch Zero-Wade DFS. Diese Funktion bietet deshalb einen Vorteil hier an, weil natürlich bei Verwendung von einer Kanalbandbreite von 160 MHz auf jeden Fall zwingend auch der DFS-Kanalbereich genutzt werden muss. Und dann hat ein Modell mit Zero-Wade DFS natürlich den Vorteil, dass das 5 GHz Frequenzband immer zur Verfügung steht. In der Spalte ganz links habe ich dann noch verschiedene aktuelle Fritzbox-Modelle aufgelistet. Und anhand der roten X bzw. grünen Haken kann man natürlich dann ganz einfach erkennen, welches Modell welche Funktion bietet. Das gelbe X bei 7590 AX bzw. 6690 bei Zero-Wade DFS zielt darauf ab, dass die Funktion dort aktuell noch nicht vorhanden ist, aber die Hardware das Potenzial bietet und AVM an der Implementierung arbeitet. Was man natürlich berücksichtigen muss, nur weil eine 6660 jetzt mehr grüne Haken hat als hier zum Beispiel die 7530 AX, bedeutet das nicht automatisch, dass sie besser ist. Das haben wir in den Benchmarks schon gesehen. Aber natürlich ist es ein Indikator. Bei guter Positionierung bietet eine 6660 dann einfach mehr Leistungspotenzial als eine 7530 AX. Das ist, denke ich mal, relativ einleuchtend. Ich persönlich würde den 1200 AX vor allem dann einsetzen, wenn man eine Fritzbox hat, die eben auf Distanz wirklich gut mit 160 MHz klarkommt. Und das sind aktuell vor allem die Modelle 7590 AX und Fritzbox 6591. Und wahrscheinlich auch die zukünftige 6690. Gute Optionen sind natürlich dann die 7530 AX und auch die Modelle 6660 bzw. 5530. Bei den beiden letztgenannten Modellen sollte man allerdings bei der Positionierung darauf achten, dass eine hohe Bandbreite zwischen Repeater und Fritzbox eben zur Verfügung steht. Das Ganze dann in der Regel nicht auf wahnsinnig hoher Distanz. Wenn man das berücksichtigt, lassen sich hier aber gute Ergebnisse erzielen. Jetzt ist natürlich die Frage insgesamt, wenn man über das gesamte Portfolio schaut, welche Performance darf man denn mit so einem Repeater oder einem anderen Modell erwarten? Und dazu habe ich eine aktualisierte Tabelle angefertigt, in Kombination natürlich mit einem Topmodell wie beispielsweise der Fritzbox 7590 AX. Und hier sieht man vom Prinzip her Folgendes. Oben sehen wir die verschiedenen aktuellen Fritz Repeater, die AVM im Portfolio anbietet. Links sehen wir eine Bandbreite. Mit roten Xen und grünen Haken kann man sich natürlich jetzt einfach selber heraussuchen, welche Bandbreite man erzielen möchte und das passende Repeater-Modell dann wählen. Natürlich sind die Bandbreiten darauf bezogen, dass man eben ein High-End-Modell als Mesh-Master nutzt. Natürlich kann man so einen Fritz Repeater auch als Access Point nutzen. Ich habe dazu auch nochmal eine kleine Tabelle erstellt. Hier sieht man jetzt vom Prinzip her oben die verschiedenen Fritz Repeater als Access Point und links nochmal die Bandbreite, die man hier erwarten kann. Das Ganze aber hier auch eher bezogen auf den Nahbereich. Warum? Ganz einfach, einen Access Point platziert man natürlich da, wo man seine Clients im Einsatz hat. Damit sind wir im Fazit auch fast durch. Meine persönliche Meinung ist auf jeden Fall, dass der AVM Fritz Repeater 1200 AX im Test ganz gut gezeigt hat, was er kann, nämlich 160 MHz Kanalbandbreite. Vor allem im Access Point Betrieb war das auf mittlerer Distanz ziemlich überzeugend. Auf hoher Distanz verliert er dann in der Regel aber gegen den 2400er und dementsprechend muss hier die Wahl eigentlich wie folgt aussehen. Wenn ich einen Repeater suche, den ich auch im Repeater-Einsatz verwenden werde, dann ist es meistens sinnvoller, den 2400er zu nutzen. Im Access Point Betrieb kann sich aber der 1200 AX durchaus lohnen, denn er bietet halt einfach die schnellere CPU und kommt damit immerhin teils auch auf Bandbreiten, die wirklich dann der 1-Gigabit-LAN-Schnittstelle entsprechen. Heißt natürlich auch wieder, man muss explizit schauen, welche Fritzbox hat man, was lohnt sich in der Kombination. Da gibt es wahrscheinlich nicht so eine allgemeine Empfehlung, kauf auf jeden Fall Modell A oder Modell B, sondern man muss natürlich schauen. Trotz allem würde ich sagen, in vielen Szenarien ist der 2400er wahrscheinlich die sinnvollere Wahl. Damit sind wir hier am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, dir hat es gefallen und gerne bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.